have fun, hier ist der Avoram zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich wollte erst Reichtum holen und überfalle zufälligerweise ein Zeltlager, da können wir wieder ein paar Truhen holen, wo wir dann ja Dinge bekommen, die wir benötigen, um unsere Handelsposten auszubauen und von daher ist das lohnenswert. Viel Spaß dabei! Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Hup! Was ist das? Dein Todnach! Und los! Schlagen wir zu! Fuck! Los! Dein Tod! Mein Lieb! Lauter Schützer. Aber ich brauche Hilfe. Los geht's! Hey! Hierher! Eine reiche Ernte! Weckle, warte! Nicht viel los! Juhu! Hurra! Juhu! Juhu! Haha! Jaa! Juhu! Untertitelung des ZDF, 2020